Dass du dir sagst, okay, ich habe mir Wissen angeeignet, ich habe verstanden, wie Dinge funktionieren, du hast verstanden, wie die Welt funktioniert, wie Menschen funktionieren, wie Marketing funktioniert, was auch immer. Und der nächste Schritt ist dann, das Ganze weiterzugeben, anzuwenden und weiterzugeben. Dieser Drei-Schritte-Prozess, wenn du den nicht beherzigst, dann fehlt es für mich an Spiritualität. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mal zum Thema Geld. Ich bin hier gerade unterwegs im schönen Pfaffenwinkel. Weil ich mich hier in der Reichtumsenergie fühle, weil ich mich wohlfühle, dachte ich, ich spreche mal ums Geld. Und warum es wichtig ist, Geld zu gewinnen, was Geld eigentlich ist und wie du es auch bekommen kannst. Viele Leute da draußen haben ja ein schlechtes Verhältnis zu Geld. Sie verteufeln das Geld, weil sie nie gelernt haben, wie sie damit umgehen sollen. Die meisten von uns kommen von der Nachkriegsgeneration. Wir haben von der Gesellschaft erzählt bekommen, von den Medien Bilder bekommen, die uns erzählen, was Geld alles Übles anstellen kann. Was die Reichen anscheinend für krumme Dinge drehen. Wir denken, wenn man reich ist, dann muss man krumme Dinge tun, damit man an viel Geld kommt. Solche Gehirngespinste werden uns irgendwie eingeflößt. Und das andere ist natürlich, dass wir auch durch unser Umfeld beeinflusst werden, wie bei allem. Nämlich wenn es darum geht, dass wir, wenn wir wollen, dass wir uns weiterentwickeln wollen, dass wir unser Geldbewusstsein verbessern wollen. Was passiert dann, wenn wir da arm denkenden Menschen sind, die nichts tun und warten, bis das Geld auf sie zukommt. Das sind die Gründe. Bei mir war es so, ich hatte auch ein schlechtes Verhältnis zu Geld. In dem Moment aber, wie ich aus meinem Münchner Leben entkommen bin und nach Paris gezogen bin, habe ich festgestellt, dass die Energie dort ganz anders ist. Jeder denkt da mehr ans Geldverdienen und automatisch ist man dann auch in diesen Sog gezogen. Und dann habe ich noch im Finanzsystem gearbeitet und saß den ganzen Tag vor meinen Excel-Tabellen und von der Gewinn- und Verlustrechnung und immensen Summen von mehreren Millionen, manchmal auch Milliarden von Euro oder Dollar. Dann verliert man irgendwie den Bezug dazu. Dann wird Geld auf einmal nur noch zu einer Zahl. Das ist letztlich nur noch ein Tauschmittel, weil was passiert ist und was die Reichen auch machen und warum die Reichen auch immer reicher werden ist. Wir denken, wir müssen mit dem Geld, wir müssen das Geld sparen. Wir gehen auf Nummer sicher. Wenn wir mal 1.000 Euro, 10.000 Euro im Monat bekommen haben, dann bringen wir alles auf die Bank. Nein, was die Reichen machen ist und was auch meine Firma Expedia, mein ehemaliger Arbeitgeber gemacht hat, der Großteil von den Einnahmen, der Großteil von dem Nettoeinkommen wurde wieder investiert in Entwicklung, in Research, um in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten, weil Unternehmen ja langfristig denken, neuen Gewinn zu generieren. Also sprich, was viele von uns denken, ist, dass wenn man Geld hat, dann muss man es bunkern, dann würde ich es einschließen. Aber es geht darum, wirklich es fließen zu lassen und immer wieder in Dinge zu investieren, die wirklich einen weiterbringen. Und dann sind wir auch bei dem Thema Spiritualität. Wenn du jemand Spirituelles bist, ich sehe mich als halbwegs spirituell an, dann wirst du verstehen, dass es darum geht, dass man Geld als Energie bezeichnet. Ich habe gelernt von meiner ersten Mentaltrainerin, die ich auch als spirituelle Person bezeichne, dass man als spirituelle Mensch nichts beurteilen, verurteilen und bewerten soll. Also, wenn ich Geld als schlecht ansehe, wenn ich Geld abwerte, wie soll es dann zu mir kommen? Da sind wir auch beim Gesetz der Anziehung. Wie soll ich Geld anziehen, wenn ich eine negative Emotion dagegen habe, wenn ich nicht auf der gleichen Schwingung bin, wenn ich Geld als niedrig schwingend ansehe und ich bin aber auf der Schwingung, ich bin jemand erleuchtet oder ich fühle mich erleuchtet und ich fühle mich weiterentwickelt in meiner Spiritualität und es geht mir darum, maximal mich weiterzuentwickeln. Natürlich sind das Ganze keine Gegensätze. Es geht nur darum, festzustellen, dass wenn du mehr Geld in dein Leben ziehen willst, dann darfst du dich auch auf dessen Schwingung gegeben. Das ist mir jetzt auch immer mehr bewusst geworden, warum es bei mir geklappt hat, dass ich Geld verdiene und dass ich Geld bekomme und große Summen verdiene und anziehe, ist, dass ich diesen Bezug verloren habe. Ich habe mich nicht ums Geld gekümmert. Es ging mir immer darum, Freude zu haben an dem, was ich tue. Es ging mir in meinem Job darum, für eine Firma zu arbeiten, für ein Unternehmen zu arbeiten, die es mir ermöglicht zu reisen, die es mir ermöglicht, von Paris wieder zurück nach München zu reisen, wenn man immer ich will. In meinem Coaching-Job geht es mir darum, dass ich Menschen helfe, dass ich dir weiterhelfe, dass ich dir Tipps gebe, dass ich dich begleite, dahin zu kommen, wo du willst, mit meinen Videos, mit meinen Instagram-Beiträgen, was auch immer. Also es darf, und das haben auch die Reichen verstanden, wenn du dir einen Warren Buffett anschaust, die arbeiten nicht wirklich fürs Geld. Warren Buffett hat das meiste von seinem Geld, von seinem Vermögen an Charity-Organisationen gegeben. Er hat es nicht seinen Kindern gegeben, er hat es gespendet, weil er weiß, dass das Geld auch wieder zurückkommt. Und er arbeitet trotz seines hohen Alters, ist er trotzdem noch aktiv, weil er Spaß daran hat, an dem, was er macht. Also geht es wirklich darum, diese Liebe zu Geld zu entdecken und dir zu sagen, je mehr Geld ich habe, desto mehr kann ich in mich investieren und je mehr du in dich investierst, desto spiritueller wirst du letztlich auch. Weil für mich ist es so, wenn du als spiritueller Mensch noch nicht verstanden hast, dass es darum geht, dein Wissen, deine Macht, deine Kraft, die du hast, weiterzugeben, dann bist du noch nicht komplett transformiert. Dann fehlt noch ein Schritt, der dahin führt, dass du dir sagst, okay, das Wissen, das ich mir angeeignet habe, und so habe ich es auch von meinem Coach gelernt, der mir gesagt hat, auch Geld ist nichts wert, was Wert hat, ist das Wissen, dass du dir sagst, okay, ich habe mir Wissen angeeignet, ich habe verstanden, wie Dinge funktionieren, was verstanden, wie die Welt funktioniert, wie Menschen funktionieren, wie Marketing funktioniert, was auch immer. Und der nächste Schritt ist dann, das Ganze weiterzugeben, anzuwenden und weiterzugeben. Dieser 3-Schritte-Prozess, wenn du den nicht beherzigst, dann fehlt es für mich an Spiritualität. Und darum geht es in diesem Video. Und die Sache ist die, wenn du es anziehen willst, dann geht es darum, dass du es lieben lernst. Du lernst es lieben, weil es einfach nur ein Mittel zum Zweck ist. Es bekräftigt dich, es gibt dir die Möglichkeit, es gibt dir neue Möglichkeiten, andere Menschen zu bereichern, deine Familie zu bereichern. Und so ist es auch mit den Investitionen in sich selbst. Es ist nicht eine Investition, wenn ich sage, ich gebe mein Geld aus, oder ich habe einen Großteil meiner Abfindung, wie ich rausgeschmissen wurde von Expedia, weil ich einfach nicht mehr konnte, weil es nicht meins war, habe ich in mich investiert, weil ich Angst habe, oder ich hatte die Intuition, dass eine Krise auf uns zukommt. Und das war noch vor Covid. Und ich wollte, dass das Geld sicher ist. Sicherheit, die 100%-sinnige Sicherheit gibt es nicht, aber ich wusste, dass ich, wenn ich das Geld in mein Wissen investiere, dann habe ich auch was davon. Wenn ich auf der Bank liegen lasse, dann weiß ich nicht, was passiert damit. Also geht es darum, zu verstehen, dass Geld ein Tauschmittel ist. Es geht darum, es zu lieben zu lernen, weil du damit eben enorm viele gute Dinge vollbringen kannst. Und das Zweite ist, es ist auch eine Kompensation, dass es nicht zu vergessen ist, das, was auch die Reichen verstanden haben, das Geld kommt nicht von ungefähr. Es kommt davon, dass du dich investiert hast. Es kommt daher, dass du deine Zeit investiert hast, dass du einen Mehrwert gebracht hast. Denn letztlich, den Mehrwert, den du bringst, kriegst du auch als Mehrwert wieder zurück in Form von Geld. Und wenn du das verstanden hast, ich hoffe, das war klar, dass es darum geht, dieses Reichtumsbewusstsein zu entwickeln, nicht im Sinne von, dass du unbedingt viel Geld haben musst, um irgendwas zu tun, sondern es geht darum, um viel Energie zu haben in Form von Geld, in Form von Zeit. Und Zeit kannst du dir mit Geld auch besser leisten, als wenn du Angestellter bist. Dann hast du weniger Zeit, als wenn du Selbstständiger bist, um entsprechend dich so zu organisieren, dass du dein Geld so anlegst und deine Zeit damit verbringst, dass du mehr Mehrwert schaffen kannst. Ob es jetzt Mehrwert ist für deine Kunden, ob es Mehrwert ist für deine Familie, für deine Freunde, da ist ja ganz egal. Letztlich kannst du dir damit deine Freiheit kaufen. Und das habe ich verstanden. Das haben auch die Reichen verstanden. Das habe ich von vielen Millionären, mit denen ich in Kontakt bin, erfahren, dass es eigentlich letztlich darum geht, ihre Motivation war immer die, frei zu sein. Frei zu sein bedeutet, finanziell frei zu sein und das zu tun, was man machen kann. So, das war es für mich. Bei Fragen, bei Anregungen, was das Thema Geld betrifft, schreib es mir gerne in die Kommentare. hinterlasse mir ein Like, wenn es dir was gebracht hat, wenn es dir gefallen hat oder auch nicht. Dann ein Dislike. Abonniere meinen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast und ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao.